Berufswahlorientierung in Deutschland Finden Sie, wonach Sie suchen? Haben Sie hier noch den Durchblick? Hätten Sie Spaß hier zu recherchieren? Jugendliche auch nicht. Zu viele resignieren hier und klicken sich schwindelig. Doch es geht auch anders. Die wirklich übersichtliche Lösung für Berufswahlorientierung im Netz schreibt sich so. www.berufslotse.de www.berufslotse.de ist eine intelligente Findmaschine. Eine Findmaschine mit dem Anspruch auf Regionalität. Denn Infos und Hilfe gibt es vor Ort genug. Nur gefunden werden müssen Sie. Das Besondere hier, wir verlinken nicht auf die jeweilige Homepage, sondern gezielt auf die relevante Unterseite. Und dafür brauchen wir Sie. Sie kennen sich in Ihrer Region aus und wissen, wer was bietet und recherchieren Anbieter, die die Kids auf dem Weg von der Schule zum Job weiterbringen. Diese Quellen stellen Sie einfach bei www.berufslotse.de ein. Machen Sie mit bei Deutschlands kostenlosen Zukunftsportal, dem gesammelten Wissen à la zur Berufswahl. Werden Sie ein Teil von www.berufslotse.de und melden Sie sich als Berufslotse für Ihre Region. www.berufslotse.de Weil finden so einfach wird. www.berufslotse.de